Da, jetzt ist das gute Stück hier als ein fertiger umsonst hier. So. Kommt rein. Komm mal damit hin. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Knurren aus. Mhm. Ich hab die schon wieder los hier. Ich krieg das doch. Ach. Das ist auch, glaub ich, hier die letzte von denen. Ja. Hm, ich denk schon. Also wenn die alle drei geteilt sind, bin mir auch nicht mehr sicher. Ich würde das Gefühl sagen. Der Anfang sieht mal voll gleich aus. Eigentlich haben sie sich nicht viel Mühe gegeben, so, ne? Können wir nicht denken. Nee. Ist kaputt. Nee, war das nicht. Die kommt von selbst ja irgendwann. Äh. Das steht hier nicht so. Meinst du, ja? Mhm. Wie hab ich hier grad... Hat gepult. Du hast gepult. Nee, ich hab grad irgendwie... 10 FPS oder so, ne? Da hab ich hier grad gut. So latente dir schon hier und die stehen in irgendeinem Scheiß drin. Ich auch. Das ist einfach so, glaub ich. Das ist einfach so, glaub ich. Ich hab' das nicht. Ich hab' das nicht. Ich hab' das nicht. Ich hab' das nicht. Bzw. Ich hab' das nichts. Ja, ich glaub' die haben oft einfach nur so ne... Reichweite, wo sie sagen, ey, wer da einfach nicht drin ist, hier in meinem Haltkreis ja direkt, so ganz einfach. Rote können laufen. Heißt so viel wie, ich rette hier niemanden. Okay. Dann frage ich mich. Nicht wieso mein Heiler gehört, ich ne? Ja, wohl sei wie auch kein Dorn, ne? Ja. Ich glaube, ich mache schon was. Ach. Oh! Desorientiert Wer ist der Abad hier? Warum? Scheiße! Wir haben schon wieder so einen Schuss abbekommen hier. Ich bekomme keinen Ruf. Ich auch. Oder man sieht das nicht. Das könnte man. Wieso soll man das nicht sehen? Ich sag ja nur... Jaha. Der läuft da gleich rein. Bin mir ziemlich sicher. Nee, noch nicht. Okay, alles schmeißen ihre Fragen. Alles? Schmeiß auch mal. Wo? Das ist irgendwie langweilig hier. Was hab ich noch so im Petto? Ich denke, wir sind vorbereitet. Oh! Weg von mir! Alle! Das ist ein bisschen was. Ja, ich bin kein Nugget. Ich bin kein Nugget. ich bin außer Reichweite ich bin doch alle und wird solltest du auch mal weggehen und übernommen das andere Weg gehen mitnehmen manche und Prinzip nicht ich kann die ganze Zeit nach Führung wird das ist das nicht gekauft Ja, wir mussten nicht an alle anderen zu mir laufen. Holy crap. Das verliebt aber nicht was Tierleben, ne? So, jetzt laufe ich auch bei anderen. Du machst ja doch Bock, oder was? Ich musste einfach durch. 3, 4, 3, 2, 1. Was das denn, was die Cocaine? Ah, das ist noch nicht drin. Ah, das ist noch nicht drin. um wie geht es um alle Sperrfeuer oder so ja, Leute für die Kur das ist so wieder nur im Meckern hier Opfer! Wuhn Wuhn! Opfer! Oh! Wo ist Feuer an der Bakti hin? 3 dort zu ziehen gut gemacht wird ohne Ruhl über Verstärkung wir haben traumatische Kugel der Trennerei Da brauche ich was. Aber das ist glaube ich nicht hier. Jesus, was geht hier? Krass, krass, krass. Ohohoho. Wo ist es mit dem? Züge. Ne, gute Entzüge. Haha. Zug auf Glas 3. Ich muss schon Zug, muss ich hier durch. Scheiße. Ohohohoho. Oh, wie Smukes. Ich will hier wieder mal hin, mit denen ich nicht nachkommen. und nun kommt so etwas so und unterliegen die Wurde die Jürgen Jürgen die Gäste er sagt rei meistens kann es immer zweimal muss man auch warten das muss nur im Moment war über die Uhr Wir müssen noch kommen. So, jetzt. Bleist zwei. Was machen die denn alle? Doch, war nicht so. Ach, ja, ist noch ein. Ja, die kommen ja ständig, der so... Kann noch von oben nach runter. Was? Oh, macht der Z.H.T. Was für ein... Otto. Haha. Warte. Vielleicht zwei kommt jetzt, ne? Wo bin ich? Bin ich zwei? Ja. Oh. Scheiße. Oh nein, 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 nein. Haha. Ja, wieso lachst du da, wenn mir hier der Arsch abgefangen wird? Haha. Du sagst noch extra... Platz zwei. Und stößt aber... Und... Ah. Platz zwei. Haha. Irgendwas auf mich. Irgendwas auf mich. Express durchfahrt. Oh, Bomben. Haha. Haha. Oh, Bomben. Bomben! Kann viele Bomben. Was? Oh, sechs. Das war. Ja. Hui! Alter. Hm, hm, hm. Hm. Mit bisschen Folie. Mhm. Stirb. Jetzt. Ja, jetzt bist du tot. Ohne der Hyperfisch. Ich krieg echt nur tolle Sachen. Mhm. Du mit euren Quest ist. Oh, was denn? Wow! Oh! Oh, ne, ich wusste das jetzt, das Endpost ist, die alle hier. Diese nervige... Oh, alle diese Pulten, die Pulte alles. Mein Pat ist weg. Die Züge fahren nicht mehr nach Zeitplan. Ich denke, ich weiß, dass... Mal sehen, wie wir uns... Mal sehen, wie wir uns... Mal sehen, wie wir uns... Oups. Ja, wie wir uns... Jetzt kommt wieder hin. There ist sicher. Ja, natürlich. Ohne ja. Ohne! Ohne ja! ein ich bin ich bin ich bin und aber lass ich mich hier ablenken im spiel Du hast mir aber letztens gesagt, Kinder gucken das an. Mhm. Und ich hab so scheiße gesagt. Ach, ich fink. Fink, fink. Fink, fink. Alter, diese Mobgruppe, ne? Mhm. Ah, ich fink, 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 fink. Meine Gitte. Die wollen nicht töten. Gitte. Meine Gitte. Gitte, guck dich. Wie war das? Es kommt auf die Augen. Bist du, bist du durch oder was? Ah, ja. Wenn man einmal dieses Video gesehen hat, dann kommt man davon nicht mehr los. Wenn man immer, wenn man sowas an der Art hört, dann ist es Feierabend, ne? Boah. Das bobo-k patriker zu wurden. Okay, fertig und raus. Die fertig sind noch nicht fertig, aber ich habe mich heute so geärgert, echt, äh, die ganzen leckeren Kekse, die, der die für Oma gebacken hat, ne? Die, die müssten wir wegschmeißen. Ich hätte es mir ja gleich erzählen, warte. Wen, wen sollen wir denn hier angreifen, ist egal, Wind? Haha, ich glaube nicht so möglich. Ach den da, ok. Wer ist denn den da? Admiral Garn. Siehste, war ich auch die ganze Zeit drauf. Ja. Naja. Ich hab kein Nutritoren. Ich klingelde, wie nö, Feuer! 4, 3, 2, 1, 1, Prozent wo man und und die Klinik und so eine Stimme die Stimme Holy moly Abschrecken wir uns mal den sichersten Weg So, dieser Weg Ist schon irgendwie manchmal... also... hm Krass, krass Scheiße, war ein Kleider, sie in die Bomben reinladen Null Feuer Bist du eingesprochen, ne? Ja Ganz original so Null Tür langsam Ich hab grad echt so Deja Vu von letztem Jahr D 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 Ich will den Channel zu Neue Muss kommen, wir sind so richtige Movement-Krüppel hier Die Faul-Streckerin Die Faul-Streckerin Die Faul-Streckerin Du wirst jetzt sterben Die hat den Sattel ins Wendet Ja Du musst der Luft holen Juuuuuu Yes Oh, ich hab mal keine Ruhe bekommen Wo ist mein 6.50? Oh So, oh Gott in die Tüchen zufolge mülltieren und da war einer tot No die Sterben wohl auf dem hin weil er alles so ach da ist noch ne Kiste ach das ist meine Quest ich bin euren Quest tschüss mit tschüss kann sich nicht nur noch mal verabschieden man na das müsste ja und rein und rein die Köln nur achts nicht du wirst tschüss tschüss